Deutschlands neue Republik trägt schwer an diesem bösen Erbe, denn der sogenannte Friede von Versailles gibt den Besiegten die Alleinschuld an fast allem. So gerät Versailles zum Sinnbild für das nationale Trauma und es birgt den Todeskeim der Republik von Weimar. Deren neue demokratische Verfassung war ein gut gemeintes Werk von Idealisten, denn sie ging von der Prämisse aus, der Mensch sei gut. Das ist er aber nicht. Er möchte es zwar gerne sein, doch selten nur gelingt es ihm. Dem Staat obliegt es da, wie schon die ersten Demokraten, die Athener wussten, die Bestie im Menschen zu zähmen. Der Verfassung Weimars ist es leider nicht gelungen. Doch zunächst mal atmeten die Menschen auf, trotz alledem. Der Krieg war ja vorbei und Lebensfreude pur brach sich die Bahn in Unterhaltung, in Kultur und Kunst. Die Welt der Zwanziger, sie nähert sich mit Riesenschritten der Moderne, die uns heute so vertraut ist. Doch die sogenannten wilden Zwanziger, sie sind nicht mehr als eine Atempause, bis der Sturm erneut losbricht. 3, 2, 1 Wir wählen die Freiheit! Ich will ein, wie sie sich die Ruhe putzen! Wir haben die Freiheit! Wir haben die Freiheit! 1920, Putsch in Berlin. Republikfeindliche Truppen besetzen drei Tage lang die Hauptstadt. Ihr Emblem ist schon das Hakenkreuz. Sie scheitern am Streik der Arbeiter. Siegeszug des Bubikopf. Auch in Deutschland gilt, die Dame von Welt trägt Kurz. Hormode als Zeichen der Emanzipation. Nüchterne Zeiten in Amerika. Herstellung und Konsum von Alkohol werden verboten. Doch die Prohibition weckt auch kriminelle Energie. Beginn der wilden Zwanziger. Das ganze Leben eine Party. Doch ausgerechnet jetzt soll der Spaß ein Ende haben? Alkohol verdirbt das Land, glauben brave Bürger. Allen voran die Hüterinnen der Moral. Alkohol verhindert, dass die Welt den Frieden findet. Erst nimmt sich der Mann den Drink, dann nimmt sich der Drink den Mann. Es gab einige Bewegungen, die seit Jahren gegen den Verkauf von Alkohol gekämpft hatten. Arbeiter trugen ihren gesamten Lohn in Salons. Alkohol war wirklich ein Problem. Chicago, keine andere Stadt wird von dem Alkoholverbot so sehr geprägt. Ein Mann sieht darin seine große Chance. Das Narbengesicht Alkohol kam genau an dem Tag an, als die Prohibition in Kraft trat. Alkohol, Sohn italienischer Einwanderer. Sie waren sechs Jungs und zwei Mädchen. Al und mein Vater Vincenzo waren Brüder. Vincenzo ist der Erste, der dem Einwanderer-Ghetto New York entkommt. Mit 15 reitet er gen Westen. Sein Bruder Al will ihm folgen, aber er kommt nur bis Chicago. Dort herrscht Durst, den will er stillen. Die Gang schlieferten, was die Leute wollten. Natürlich illegal. Die Wirklichkeit der Trockenzeit. In Flüsterbars fließt der verbotene Stoff. Hier werden unbescholtene Bürger lustvoll zu Gesetzesbrechern. In den Restaurants haben sie Alkohol in Kaffeetassen serviert. Eine gute Tarnung. Die verbotenen Geschäfte gehen glänzend. Illegale Brauer und auch Schmuggler profitieren von der Prohibition. Vor den Küsten Amerikas lauern sogenannte Rumrunner auf die Nacht und ihre Chance, eine Ladung Alkohol an Land zu schaffen. Alle haben das Gesetz gebrochen. Das war schick. Viele Leute, die eigentlich keinen Alkohol mochten, fingen während der Prohibition an zu trinken. Al Capone, der Pate der Prohibition, regiert die Stadt. Wer den Schnaps hat, hat die Macht und die verteidigt er mit allen Mitteln. Seine Methoden bestechen. Capone kennt keine Moral. Al Capone hat die Leute bestochen. Wenn das nicht half, hat er sie bedroht. Und dann ermordet. So einfach war das. So hat's funktioniert. Chicagos Ordnungshüter werden zu Komplizen. Aufnahmen mit versteckter Kamera. Vom Schutzmann bis zum Polizeichef. Alle stehen sie bei Capone auf der Gehaltsliste. Robert St. John schreibt als Reporter über solche Machenschaften. Das hat Folgen. Vier von Capones Jungs lauerten mir auf und schlugen mich zusammen. Mit Totschlägern. Dann ließen sie mich einfach liegen. Als ich später meine Krankenausrechnung bezahlen wollte, hieß es, schon erledigt. Ich fragte, wer hat es denn bezahlt? Und sie sagten, ein Italiener mit einer Narbe quer im Gesicht. Al Capone, ein Pate ohne Skrupel, doch mit Stil. Ein heißer Krieg um die Enthaltsamkeit entbrennt im Land. Auch sein Bruder Vincenzo kämpft mit. Auf der anderen Seite als Polizist im Wilden Westen für die Prohibition. Es gab eine Menge Brennereien in seiner Gegend. Er fand sie alle und mit ein paar Deputies hat er sie ausgehoben. Er hat eine Menge Stoff beschlagnahmt. Kontakt zu seinem Bruder Al hat Vincenzo längst nicht mehr. Während er für eine Handvoll Dollar auf der Seite des Gesetzes steht, verdient sein krimineller Bruder im fernen Chicago ein riesiges Vermögen. Al Capone hat im Jahr 100 Millionen Dollar brutto verdient. Überlegen Sie mal, wie viel das heute ist. Eine Milliarde pro Jahr. Capone ist das noch nicht genug. Er will Chicago endgültig ganz in seine Hand bekommen. Kriminelle Konkurrenz steht ihm im Wege. Capone wollte im großen Stil aufräumen. Irgendwie hat er alle Rivalen zu diesem Treffen in einer Werkstatt zusammenbekommen. Und dann haben seine Killer als Polizisten verkleidet die ganze Bande niedergemäht. Valentinstag 1929. In Chicago wird der Tag der Verliebten zum Tag der Toten. Ich ging da rein. Mann, ich hab noch nie so viele Leichen gesehen. Und überall Blut. Sieben Rivalen lässt Al Capone niederschießen. Der einzige Überlebende des Massakers, ein deutscher Schäferhund. Der blutige Höhepunkt des Gangsterkriegs empört ganz Amerika. Die Leute waren sich jetzt einig. Weg mit diesem Mann. Es reicht. Al Capone wird vom FBI verhaftet. Der mächtigste Gangster aller Zeiten steht vor Bundesanwalt Johnson. Freilich nicht für seine Bluttaten. Wegen Verstößen gegen Prohibition oder Mord konnten sie ihn nicht kriegen. Also haben sie ihn wegen Steuerhinderziehung angeklagt. Es reicht für zwölf Jahre Zuchthaus. Al Capone, der Staatsfeind Nummer eins, wird auf der berüchtigten Gefängnisinsel Alcatraz weggeschlossen. Er war einfach ein Krimineller, ein Mörder. Er hat die eine Seite des Gesetzes gewählt, mein Vater die andere. Die Prohibition hat sie dazu gebracht. 1933 endet die Entziehungskur für eine ganze Nation. Es war die größte Party aller Zeiten, überall im Land. Und so erfährt Amerika zum ersten Mal, Enthaltsamkeit entsteht nicht per Gesetz. Aufschlößen Aufschlößen